Ich bin diesen Weg gegangen, hab ganz von vorn angefangen, die Steine aus dem Weg geräumt, hab tausendmal von vorn geträumt. Gefallen und wieder aufgestanden, die Krone neu gerichtet und bin nicht immer weich gelandet, hab auf vieles verzichtet. Ich hab gelebt und hab gekämmt, ungefiltert und ungebremst, tausendmal gefallen und wieder aufgestanden, nur um immer wieder bei mir zu landen. Doch am Ende kann ich sagen, das Beste kommt aus eigener Kraft. Ich war immer auf mich selbst gestellt, die Kraft hab ich selbst aufgebracht, hab mir den Weg selbst erhellt, eine Tür hat niemand aufgemacht. Doch die besten Wege sind die, die man selbst gehen muss. Für etwas einzustehen, dafür geh ich bis zum Schluss. Ich hab gelebt und hab gekämmt, ungebildert und ungebremst, tausendmal gefallen und wieder aufgestanden, nur um immer wieder bei mir zu landen. Doch am Ende kann ich sagen, das Beste kommt aus eigener Kraft. Das hab ich selbst geschafft. Kein Türöffner, kein Wegbereiter, ich hab selbst gestanden auf der Leiter. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, immer weiter, so manches Mal als Vorreiter. Doch so manche Erfahrung macht mich reicher. Ich hab gelebt und hab gekämmt, ungefiltert und ungebremst, Tausendmal gefallen und wieder aufgestanden, nur um immer wieder bei mir zu landen. Doch am Ende kann ich sagen, das Beste kommt aus eigener Kraft. Das hab ich selbst geschafft.